Hallo zusammen, heute kurz wieder eine kleine Projekteinsicht und zwar 2.3 müsste das sein. Ja, das ist die finale Version und die anderen beiden Versionen könnt ihr euch auch mal anhören, wenn ihr wollt. Ich werde die hier mal verlinken und ja, ich denke hier an dieser Version werde ich nicht mehr viel ändern. Und ja, ich werde auch nicht viel kommentieren jetzt oder zeigen was ich gemacht habe. Ich lasse es einfach mal durchlaufen und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Viel Spaß! 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 Schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.